Familienmesse in einer Gemeinde. Bei der Predigt frage ich die Kinder, sagt mal, wen liebt Gott eigentlich am meisten? Die Braven oder die Frechen? Die Frommen oder die, die nie beten? Die Dummen oder die Schlauen? Nachdenkliche Gesichter. Plötzlich strahlt mich ein Mädchen an und antwortet, mich, mich liebt Gott am meisten. Eine super Antwort finde ich. Dieses Mädchen hat kein übersteigertes Selbstwertgefühl. Sie hat einfach recht. Sie hat verstanden, Gottes Herz schlägt für mich. Genau daran erinnert das Herz Jesu Fest, das wir heute feiern. Gott ist ein warmherziger Gott. Er hat ein Herz für uns. Und es zerreißt Gott das Herz, wenn wir meinen, er würde uns nicht lieben. Darum hat er seinen Sohn gesandt, der diese Liebe bis zum letzten Atemzug am Kreuz, bis zum durchstoßenen Herz bewiesen hat. Dass diese Liebe unsere manchmal hart gewordenen Herzen erweiche, darum bete ich heute im Nachtgebet. 22 Uhr, DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. Heiligt geeb克elt 22 Uhr, Herr Wohnwais Mö Mö diz